Morien ChainRide EP 5 oder 6 Keine Ahnung Auf jeden Fall Heute gehe ich ein bisschen VZMAX fahren und Jakob wird mich dabei mental unterstützen Ich würde sagen, das zeigen wir euch jetzt einfach und wir sehen uns Verschiedene Batterien Wenn man davon immer nur eine braucht Ich werde nie mein Leben eine AG10LR54 Batterie brauchen Was scheiße, es ist ja dicht drin, da runter ist er Bis zum nächsten Mal 1. Block 3030 ist rum Ich hatte Jakobs Rad als Leihgabe Das schöne Ding hier Weil irgendwie habe ich gestern oder vorgestern das Kepple von meiner Wattkurbel verloren samt Batterie und da ist Wasser oder sowas reingekommen weil ich habe eine neue Batterie und ein neues Kepple drauf und geht halt irgendwie nicht So ist halt das Business Da muss man auch mal ohne Werte klarkommen Aber geht schon klar Kennt ihr dieses Problem Wenn man an irgendeinem Berg so in der Walle fahren ist und genau in dem Moment sind es so viele Wanderer die einen schon so ein fünften Mal richtig beschissen eingeschaut haben und wir einfach mal ein paar Bock mehr hatten und wenn man ja zum nächsten fahren kann hat das so Genau Ich bin jetzt fertig Mein 3030 und bin ziemlich am Sack und bin ziemlich am Sack aber nächste Woche ist ja leugnerbar deswegen ist nochmal wieder gut davor ein bisschen aufs Glas zu drücken und dann kommst du wieder an den Auto und dann steht gleich wieder nichts Perfekt Hi Äh genau Jakob schreibt mal wieder der optimale Cameraman Ich bin's Ich bin der Cameraman und ja es war nur ein bisschen im Wald ist ein paar Trails und dann war es das auch gibt es noch einen guten Kuchen oder so und dann sind dann auch schon wieder oben Na ja dann geht es wieder ab Neu geboten wird auf jeden Fall Video kommen der freut euch sicher alle drauf Wir machen jetzt hier ein Video So viel ich sage euch Wir machen hier ein Video während wir ein Video machen Wir machen jetzt hier mal kurz ein Bike-Check, ok? Höchstwahrscheinlich kennen uns die meisten Leute die diese Videos schauen deswegen ist eigentlich auch relativ unnötig wenn man das mal so betrachten würde Aber wir fahren hier ein arschgeiles Bulls Rad das ist total super weil damit kann man sehr schnell Rad fahren Der schwarze Bereich hier links wird eigentlich gar nicht benutzt Das ist ein Video Wie geht es? Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.